Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Ja Leute, wie ihr heute seht, spielen wir ja das Rocketfish, Leute, ja. Ihr seht, ich bin schon Level 7, hab auch schon mein Auto gemacht, also ich hab schon ein bisschen Spiel erfahren, Leute. Aber ich würde sagen, wir reden nicht lange, wir drücken ein, wir auf Spielen, Online spielen und auf Spielen suchen, ähm, ja. So Leute, wir sind gerade in einer Runde gerade angekommen, Leute. Ähm, ja, wer Rocketfish mich kennt, Leute, es ist im Fußball, halt nur mit Autos, ähm, genau. Ihr seht auch vor mir, es ist so ein, ja, orangener Strahl. Sobald wir halt drüber fahren, Leute, seht ihr unten rechts, ähm, seht ihr so eine Zahl, ja, das ist dann halt unser Boost. Ähm, genau, dahin könnt ihr halt auch noch eine Kugel sehen, damit der Boost halt ganz voll gemacht. So Leute, es beginnt in nur noch zwei Sekunden, ähm, genau, unser Ziel ist halt, den Ball ins Gegner zu bekommen, Leute. Ähm, ja, und der Gegner ist halt ein bisschen gerade ein Vorteil. Ähm, oh, das war, das war richtig knapp, Leute, also ihr hättet, da hättet ihr halt fast drin gehabt. Okay, ähm, es spielt zwar ein bisschen ungewohnt, Leute, also man kann eben nicht, ähm, mit der Maus die Kamera zuwegen, zu wegen den anderen spielen. Äh, es ist für mich ja ein bisschen ungewohnt, aber trotzdem schaffe ich jetzt noch. Oh Gott, es wird gerade echt knapp. Ähm, genau, Leute, es ist auf jeden Fall, das Spiel lohnt sich, ähm, ihr könnts gerne kaufen. Ihr kriegt auch noch kostenlose Sachen, Leute, wie das Beat Saber-Paket halt, ähm, find ich mega geil. Okay, und Leute, selbst ich habe, ähm, ich glaub, ich bin nur eine Stufe oder zwei Stufe nach, ähm, Level abgegangen, äh, also geworden, Leute. Ähm, dann halt auch schon wieder fast alle Fahrzeuge und so, also das lohnt sich auf jeden Fall, Leute. Ähm, genau. So, ähm, auf jeden Fall, wir wollen uns nicht gewinnen, Leute, und dabei ist das schön beim Gegner. Ja, okay, das ist richtig geil, und kriegen wir ihn rein. Ja, Leute, wir haben ein Tor gemacht, richtig geil, Leute. Ähm, genau, von Ihnen können wir das schön nochmal anziehen, das ist eine Cinematic-Aufnahme. Kein Gegner trifft und wir natürlich, Bäm, das Ding reingebompt. Ähm, genau, ich finde die Map eigentlich ziemlich nice, das ist so eine City-Map, geil machen. Ähm, genau. Oh, okay, mir passt das nochmal rein. Naja. Auf jeden Fall, Leute, sollte euch, ähm, ja, Rocket League-Videos befallen, also wenn ihr wollt, euch noch mehr Rocket League-Videos machen, Leute, äh, zeigt es mir mit einem Like, lasst mir auch einen Kommentar da, ähm, genau, wenn du Lust habt, nochmal auf ein Rocket League-Video, Leute, könnt ihr mal so eine Challenge machen, ich meinte eine nur Drift-Challenge, also hier, so wie jetzt, halt nur jetzt zu driften, Leute, die komplette Zeit. Ähm, es wird mir interessiert, halt selbst noch nicht gemacht, Leute, deswegen zeigt es mir auf jeden Fall mit einem Like. Okay, der Gegner hat sich gerade einen Schlussgrad gemacht im Tor, ich weiß nicht, gerade. Oh, ja, hier sehen wir es. Genau. Steht 1-1, Leute, nur noch 3 Minuten 30, danach geht's los. So, ähm, okay, das war der Voller-Neder. Ähm, okay. Den Ball lassen wir noch einmal abwehren, Leute. Oh Gott, nee, dabei gehen wir wieder zurück. Oh, wir sind auch besser als Ronaldo, Leute, ja. Ähm, oh Gott. Ja, also das Spiel, Leute, es macht auf jeden Fall mega viel Bock, ja. Ähm, und es ist halt, also, im Kauf lohnt sich auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, wie kostet es jetzt, 10 Euro oder so, ich weiß nicht. Oh, komm, 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 komm. Äh, Gott, nee. Ähm, okay. Der Ball ist da mit der Gast hin, Leute, wir müssen dann wieder hingehen. Und ihr seht auch, diese ganzen E-Tay-Bartikel, die kriegt ihr alle kostenlos. Ähm, ich weiß nicht, ob das noch für immer so ist, aber... Gut, guter Schuss, guter Schuss, ich schreibe mich live in den Chat, Leute. Nur mal so eine T-Effnung in den Chat. Ähm, genau, ihr Decken schön flüssig rein. Aber auch gerade noch so, Leute, also, ein bisschen Nebenfahrtsfilter mehr gegen Pfosten gegangen. Aber gut. Wir springen mal jetzt über, weil ich ein bisschen blöd da von uns. Aber, in Ordnung. So. Ähm, ja, komm, vielleicht haben wir sogar noch ein Tor, Leute, ja. Also, das Spiel jetzt manchmal, also, eigentlich ist das Team-Spiel, ja. Ähm, Orange gegen Blau, Warm-Rot gegen Blau, keine Ahnung. Ja, ist halt Orange gegen Blau, Leute. Ähm, das Spiel ist dann manchmal so, jeder will ja ein Tor haben, Leute. Und manchmal halt, das Team-Match sich halt mal gegenseitig behindern, weil wir ja ein Tor haben wollen und so, Leute. Also, es ist halt ganz witzig, Leute, ja. Ähm, manchmal hat man so ein Team-Match, die sagen, okay, ist mir egal, wer ein Tor macht. Hauptsache, unser Team kriegt einen, ja, Punkt halt. Die ist dann manchmal die Spieler und die sagen, okay, ich möchte jetzt einen Punkt haben. Und das Spiel jetzt aktiviert, Leute. Ähm, ja, ich bin halt mehr nur so, ja, für sich. Genau, wie wir gerade gesehen haben. Wenn wir ganz, äh, oh, ein paar Folgen da falsch halten. Äh, wenn wir ganz schnell halt gegen andere Gegner fahren, Leute, dann können wir sogar auch aktivieren, ja. Der ist immer mega nice, also, ja. Oh, und der hat schon wieder ein Tor gemacht, das Team-Match, das Team. Oha, okay. Ja, da sehen wir uns nochmal ein Elementik-Aufgang, der hat richtig fresh und ein Tor gemacht. Ja, auf einmal wieder an 50, Leute, 2-2. Weil, wir können das Ding im Endeffekt nochmal gewinnen, Leute. Und wir springen, oh, ne, da war ich wieder weggegangen, so seite. Oha, oha, okay. So, die Autosteuerung, also, sobald er auf anhalten, äh, er drückt der Held dann auch sofort an, also. Ist nicht kilometerlang gebremscht, und zwar seine vier Zeitdruck, man hier, der hält dann sofort an, Leute, ja. Deswegen gesagt, die Autosteuerung ist ungewohnt, aber man kann sich auch schön dran gewöhnen. So, ähm, wo sind wir von Ballen dahinten? Oh Gott, er sagt, crashen und crashen, als Fassel gekocht ist das, ja. Ähm, ja. Okay, Leute, die Kler können gleich gewinnen am Ball haben. Ähm, komm, komm, komm. Oh, ne, 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 das war nicht so geil. Oh, einmal so schön 100 Twists, das ist auch mega neidisch, Leute. Ja, wenn ihr Bock habt auf den Twists fans, Leute, lasst ihr mich auch hier mit dem Like wissen, ja. Ähm, mir macht das Spiel auf jeden Fall mega viel Spaß, Leute. Und ich würde es gerne auch weiter, ja, präsentieren. Ähm, genau, ich hoffe, es kommt auch dabei an, Leute, ja. Ähm, vielleicht spielt ihr da ein und da an das Spiel auch, ja. Können wir vielleicht mal zusammenspielen. Ähm, ja. Oh Gott, nein, wir führen. Wir führen, Leute. Das wird grad mega... Also, okay, einmal zuweckschießen. Der eine Gegner macht gleich bitte einmal ab. Ah, okay. Ähm, und gleich schaffen wir vor. Ne, wir schaffen gleich kein Tor. Oh Gott, wir müssen verteidigen. Verteidigen, nein, 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 nein. Oh mein Gott, Leute, habt ihr das gesehen? Das war so knapp. Also, knapper hab ich noch nie ein Ding, also. So knapp war es dann noch nie. Also, ich hab noch nie mit erlebt, Leute. Was mir auch anfallen ist, ich war noch nie Team Blau, ja. Ich war immer Team Orange, ja. Ich weiß nicht, äh, warum, aber das Spiel wäre... Ja, das Spiel Orange, der in die Bleibe. Ähm, oh, eine Kugel trifft einmal mehr machen. Und, schaffen wir auch mal rein. Ja, kommt Ball-Golanz überhin. Das ist immer, wenn man, ja, wegstehen will und so eines springt, der Ball noch einer überein. Das ist mega blöd. Oh, wir sind gerade exkludiert, Leute. Der sind sein mal so reingecrasht. Tut, aber Leute. 4 zu 2, ich habe auch offensichtlich, wo ihr gerade gewonnen. Ähm, so, der Gegner, was hat er in der vier Sekunden, äh, noch drei Torwartsmanns und der Torwartsmanns und der Torwartsmanns, aber. Aber, ich denke mal nicht, Leute, dass sie verstanden haben, weil schon geschafft haben, fünf Sekunden noch mal fortmachen. Ähm, ja. Endlich, die Leute, brauchen wir uns eigentlich gleich mal alles gemacht. Können wir auch mal kurz Schriftstaben noch zeigen. Ja. Und, wir haben gewonnen, Leute. Genau. Hat Spaß gemacht. Ja, nice, mal. So, hier sind wir, Leute. Ähm, haben ein Tor. Auto gebühren. Ach, das seht ihr. Okay, was ist das? Keine Ahnung. Wir haben eine Raketenspur. Okay, nice, man. Alles hier bekommen. Ich kann noch mal sehen, Leute, wir haben ein Schuss und auch ein Tor gemacht. Ähm, der eine hat wohl am meisten gemacht. Ähm, genau. So, Leute, kurz Werbung unterbrechen und zwar schaut doch mal bei Twitch aber bei Leon mit 3, 6, 1, 2 mal vorbei. Und da könnt ihr nämlich bei ihm nämlich viel Gaming Content sehen. Er macht auch ab und zu mal ein paar Real Talks. Und das tut auch noch für andere Leute auch noch, ähm, ein paar Videos auch noch schneiden halt, das bearbeiten. Also, das heißt, solltet ihr nicht gut im Video bearbeiten sein oder wenn ihr nicht gut cutten könnt, könnt ihr euch gerne bei ihm melden. Er macht das für euch. Das gecuttete könnt ihr dann hier auf seinem YouTube-Kanal Leon 3, 6, 1, 2 ansehen. Ähm, ja, der Link ist auch unten in der Videobeschreibung. Ihr könnt gerne mal vorbeischauen und weiter geht's mit dem Video. So, Leute, wir sind gerade in der neuen Runde hier gerade. Ähm, genau, es sind noch zwei Stück. Ja, die werden jetzt auch wieder getollen, Leute. Und vielleicht gewinnt diesmal auch noch. Machen wir auf jeden Fall mega nice, Leute. So, Leute, es geht gleich los. Nur noch eine Sekunde hier. Und wir geben jetzt nochmal alles, Leute. Ähm, oh Gott, okay, das war voll am Ende. Und er hat sofort ein Tor, okay, Leute, also, das hat zwei Sekunden gedauert, oder? Ich weiß gar nicht, zwei Sekunden, oder so hat es gedauert. Ja, guck mal, Leute. Also, das war halt auch schnell, was ich jetzt mitgelegt habe. Um, oder, neun Sekunden? Ich weiß gar nicht so ganz. Aber das war auf jeden Fall sehr schnell. Okay, aber trotzdem, Leute. Ja, versuchen wir es mal weiter. Es macht es so, dass wir nicht die gleichen Spieler, die auch in der letzten Woche mitgespielt haben. Also, es kann sein, dass wir noch ein Ball sind, aber eigentlich nicht, Leute. Ähm, okay, Ball aber immer noch abwehren. Oh Gott. Oh, nee, Leute, einer unserer Teamette ist mit AFK. Okay, das ist immer ein Hürger. Es sind zwar zwei gegen drei, aber, Leute, vielleicht schafft es nicht sogar. Und wie soll es jetzt einen Teamette AFK... Ach, komm. Jetzt bewegt er sich, jetzt bewegt er sich, Leute. Okay, gar, Mann. Gut. Ähm. Oh, oh Gott, nein, bitte nicht. Nein, 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 nein. Es war so knapp, es war so knapp. Da haut er das Ding einmal weg in der Ball. Es geht ja allein nicht vor. Nee, unser Team hat mir noch geholfen. Äh, okay, 2-0, Leute, wir können immer noch gewinnen, ja? Ich habe immer noch, äh, ja, wir hoffen, dass wir noch einmal gewinnen. Oh Gott, hau das Weg wieder um, danke. Äh, wo ist denn der Ball, Leute? Ich schickerte den Ball nicht aber hinten. Okay, komm, bitte, bitte. Hau den noch rein, bitte. Äh, nee. Aber das, Leute, haben ja von Angst vor mir, wenn der Ball immer, so über einen springtut, ja? Das ist immer so richtig blöd. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, okay, also die Runde, die wird wohl in Spechland schon auffallen. Ja, oder? Ja. Okay, Leute, ich denke mal, das haben wir jetzt gerade verloren. Vielleicht gewinnen wir ja sogar noch. Aber ich denke mir ja nicht, Leute. Also wie ihr seht, das konnte auch mehr auf dem Team-Mess-Mann halt kaum machen, also halt der eine. Ähm, bitte. Ich möchte noch ein Tor noch machen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, das Ding war aber voll daneben von uns, ne? Aber wir haben ein Tor noch was dann gemacht, ja? Ähm, ist er einmal in das reingegangen? Nein, man, Leute. Einer so gerade durch, keine Gegner, echt geil. Gut. Ähm, dann. Das weiter. Ey, geh da nochmal rein. Oh, nee. Ich glaube, Leute, werdet ihr nochmal so reingangen sein? Jetzt, einfach mal übelst geil wär's dann, da. Ja, komm. Oh nein. Wusterball. Oh Gott, das ist wirklich knapp. Äh, nein, 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 nein. Wir wollen in dieser Richtung. Oh, ganz fix. Okay. Okay, jetzt die nun eher Team-Mess-Mess-Leute sind es wieder alle am Start, so in der einen Block nicht, erstmal, ja Mann. Und vielen Dank. Äh, komm. Keine andere ist beigetreten. Äh, ähm, äh. Komm, Leute, Leute, haben wir auf jeden Fall noch's. Wir fänden jetzt einen Tor machen, dann zu gewinnenstampen. Ähm. Ähm. jetzt ist es noch möglich und kommt ein reich der geht nicht rein oder doch doch der muss doch noch eingehen leute wir haben tor damals wir können jetzt noch gewinnen wir können jetzt noch gewinnen weil der geht aber der gegner hat mein bald auch reingestuft okay ist mir egal einmal von dem vielen dank wir schütteln auf dem dach noch so weg leute ja mann okay ähm geht erst noch mal rein hat er soll halt nicht von uns ähm aber von anderen sind wir jetzt okay dann merkt man schon wieder schießt ja danke gut ähm ok leute gleichstand also wenn das jetzt noch gewinnen das sind dann die besten ja weil die hatten ja solche einen vorteil gehabt oh gott nicht okay mann wenn der block nicht okay ja naja gehen jetzt über springen bisschen leute okay ähm äh ah Leute ich sehe immer zu den packen also ich war so ein bisschen dünn gemacht aber man kann sich wie gesagt haben noch dann gewöhnen ist das schwer aber geht so ähm naja warte okay gut dass da die vier hat ja nicht gebracht aber hat doch hat sogar mega viel gemacht weil der unsere ball springen leute egal einmal däne machen einmal däne machen einmal däne machen und nennen das nicht springt oh nein 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 aber der ging halt durch die buddha leute der ging die buddha durch oh ha der ging halt durch der hat den oh er kann erst noch den geklaut okay Leute wir können es aber noch schaffen wir können noch einmal springen leute der ball ist gewöhnen nach unten ja wir haben den boostturm ganz schnell dahin ähm wo ist denn jetzt dabei ist nicht okay wir haben einmal gebrochen weil ich weiß nicht mehr dabei ist aber wir kommen komm ein Tor ist da noch drin geil man Leute ein Tor ist wieder drinnen Leute 4-4 wir können es immer noch immer noch gewinnen so ähm da ging auch wieder durch ne also die gingen dann wieder alle hinten mal okay gut also wir sollen jetzt mal ein Tor machen dann haben wir uns deutlich mal gewonnen äh oh Gott ne ähm ähm was soll ich noch mal Leute da hinten okay vielleicht schaffen wir es sogar oh Gott nein ähm 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 äh das ist wieder schön also Leute sie gehen das sind echt krass in die ja also wenn wir einen Tor machen wir uns auch wieder direkt nicht vor aber ich werde mit euch wir machen jetzt noch mal kurz ein Tor ja das sind wir noch drin so ähm ok 1 minu 12 Sekunden nur noch Leute und der Applaus und alle machen das nicht gut ja ne er ging das nicht rein okay ähm ähm hier ist er aber oh Gott guck mal Leute ich mach schon nirg jetzt nicht durch oh nein oh Gott ey der fast noch haben wir so gerettet und hat nochmal Gegner auch mal eben hier nice man ja komm ich hab jetzt rein komm der muss doch noch irgendwie rein gekommen sein ich möchte euch nicht erst verlieren es darf denn Leute ach komm wo lande war oh Gott Alter sind wir einfach weggeschubst ach nein wo soll ich das machen 30 Sekunden Leute oh Gott komm 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 der der muss reingehen Leute dann dann haben wir na gut Verlängerung haben wir vielleicht schon gewonnen ja jetzt haben wir definitiv nicht noch gewonnen oh Gott ne er soll ich vielleicht nicht oh nein 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 das ja Mist obwohl Leute ich denke nicht dass wir es noch schaffen aber fast doch er ist eigentlich schon mega und ne Leute aber guck mal ey er wäre reingegangen noch einen Sekunden länger mehr drin aber na gut Leute diese Runde hat dann der Gegner gewonnen ähm genau oh Gott so viele Pegel auf jeden Fall gegönnt Leute so wir haben ein Tor gemacht und zwei Schüsse ok nice ähm ja so Leute auf jeden Fall ich hoffe euch hat dieses Video gefallen ihr könnt gerne kosten und ein Abo dalassen und auch noch gerne noch die Glocke dazu um keine weiteren Videos mehr zu verpassen Leute ähm ja wie gesagt Leute wenn ihr noch mehr Rocket Leach sehen wollt Leute dann lasst euch im Video auf jeden Fall da ein Like da lasst euch auch in den Kommentaren wissen wenn es euch interessiert hat ähm genau auf jeden Fall Leute ich freue mich noch einen schönen Tag Leute bleibt gesund Ciao